was geht meine liebe Freunde, euer LittleRabbit ist hier wieder am Start zu einer neuen Folge Medal of Honor Warfighter. Letztes Mal haben wir hier aufgehört, Flucht aus Dubai. Wir sitzen gerade in einer Tiefgarage im Auto. Hier in der Garage. War gar nicht so schlimm. War wie Wäsche abholen. Dasti, wir sind unterwegs. Hat Hassan was gesagt? Ja, das war's schon. Ich habe auch sein Handy und seinen Laptop. Das ist genau. Es ist in den Portänen los. Security kommt. Verstanden. Richard, so schnell es geht zum primären Exvortationspunkt. Dasti, bist du da? Roger, dann muss ich den Netz auf der Fernsehung entfernen. Ich stelle die Verbindung mit meinem Handy her. Wir stehen die Daten später durch. Die Steuerung ist aber echt über uns berichtet. Roger. Kontakt der Kalender, Reisen, alles wird verbinden. Verstanden. Rush Hour in Dubai. Schlängel dich durch. So, wir hinkriegen. Profifahrer am Werk hier. Gibt nur eine Option und die heißt Vollgas. Wuh! Wuh! Lies so da ran, pass auf! Scheiße, Lasti, der zum Teufel ist das! Das ist Hassans Security, beeindruckt! Einer weniger. Easy. So fahr ich immer automatisch. Kein gar nichts anderes. Lasti, wo bist du? Ich werde hier suchen, eine neue Runde. Sechs blocks. Lasti, du bist drin. Huppling steht. Warnschaft, das ist ein Zerbring. Tunnel und große Gebäude meint. Das ist ein Scherz, oder? Das war einfach dein Besten. Das hat wehgetan! Ich muss sagen, so schlecht fahr ich gar nicht. Wasser, zwei Autos kommen brutal. Achtung, Straßensperre. Standen. Scheiße, wir wagen uns fest. Breacher, da kommt jemand verdammt schnell auf dich zu. Der Oberrecht. Da kommt noch ein... Scheiße. Die Kabel ist heiß wie plötzlich in der Sonne. Okay, was sagst du? Komm zum Raster-Anspung. Und fahr ihn! Okay, rechts, rechts! Lasti, wir fahren auf die Sechser jetzt. Dort können wir vier abhängen. Was ist denn hinter uns? Lasti, wie ist der Verkehr? Ich bin ganz schön schnell einer von links. Du ziehst nicht vorbei, du Fotzer. Standen. Das ist der Laptop aus. Komm schon, Bruder. Scheiße, Lasti sagt dem Bürgermeister von Dubai, sie brauchen mehr Handymasse. Das ist für eine Fleischwunde. Fahr weiter! So. Persengeld. Der will von rechts kommen. In die Ausfahrverein, Dubai, nach oben. Alles klar. Breacher, bleib rechts. Okay, ich sehe es. Noch 200 Meter rechts. Breacher, runter da. Ja, besser als Liefer-Speed. Da drei Autos. Meine Sicherheit? Das passt nicht, Dusty. Mach dir keine Sorgen. Gute Nacht. Ich glaube, wir haben sie abhängen. Lass noch der Ablink. Die Übertragung ist langsam funktionierbar. Böse, ich dring dich in Sicherheit. Roger. Preacher, rechts ran. Da sind sie. Warte. 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 Was machen die denn? Ich bin nicht. Okay, Jungs. Hassans Männer riegeln die Gegend ab. Ich leite das Videosignal zu euch um. Mögliche Verstecke sind markiert. Fahrt langsam und bleibt außer Sicht. Okay, Dusty. Sie verschwinden. Sie blockieren die Straßen. Rechts ausweichen. Das Fundament als Deckel. Doch, Scheiße! Die Gäste hat es aus. Hier ganz zu sehr leicht abhängen. Die Auswand ist ab die Stilte des Viertel. Ach, Scheiße! Die. 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 Langsam, nicht so schnell. Ihr habt die Ausfahrt blockiert. Habt ihr eine neue Rute geschickt? Warte, bis er vorbei ist. Warte, mal gucken, wo der hinfährt. Alles okay, hier warten wir. Wie sieht's aus, Dusty? Warte kurz. Verstanden. Vater, wir müssen erst weg. Ruhig, Pritja. Ruhig. Warte hier. Los, los. Hört, das Blende, James. Auto auf 12 Uhr. Roger. Aufpassen. Nichts gleich besuchen. Verstanden. Halt. Halt. Sehr schön. Wo fährt der andere oben jetzt hin? Der kommt uns auch lang gegen. Pritja, Assans Leute nähern sich. Ruhig, Pritja. Ruhig. Warte hier. Das hat wehgetan. Das hat wehgetan. Da vorn sind Hassan Schwenner langsam. Nach rechts. Nutzt das Fundament als Deckung. Okay, okay. Wir sehen uns nicht. Sehr gut. So soll's sein. Die Verbindung ist weg. Fahr wieder auf die Sechser jetzt. Der Verkehr wird dichter. Lass die Wettbewerbe zurück auf den Freeway. Sie blockieren die Straße. Roger. Pritja, da kommt jemand verdammt schnell auf dich zu. Okay, du kommst jetzt gleich an eine Baustelle. Gib mir irgendwas was. Wie sieht's aus? Da kommt noch eine. Einer weniger. Alter, die fahren wir hinten rein. Die Auswand ist auf hier. Das ist richtig übel. Die rammen mich richtig. Oh, tschüss. Oh, tschüss. Reiß dich zusammen. Erst neben dir. Mach recht, ich benutze die Baustelle. Das ist nur der Fleischwunde. Fahr weiter. Und tschüss. Fahren den LKW vorbei. Ich glaube, wir haben sie abgehängt. Nasti, bist du da? Roger, ich darf dich. Ab links stehen wieder. So ist das Auto weg. Roger. Pritja, fahr zum Parkhaus. Es kommt nach 500 Metern links. Sobald du das Auto gewechselt hast, bist du in Sicherheit. Autotausch. Okay, da links ist die Einfahrt. Sekundärfahrzeug am Ebener 1. Auto wechselt und so schnell es geht zum Exfiltrationspunkt. Okay. Dann machen wir das. Wir haben das Sekundärfahrzeug, Dusty. Mach schnell. Wenn wir das Ding abschnappen, wir uns Hassern und verschwinden wir. Oh, scheiße. Woher kommen die denn her? Los, los, bring uns hier raus. Gerade fahren wir aus, um in das Parkhaus. Such uns einen Weg hier raus. Wir sehen uns nicht, wir sehen uns hier. Stecken fest, Dusty. Auf Körpersreise geht's raus. Warte hoch. Richard, nach oben. Oberste Ebene. Weiter raus. Oh, wie sind die Parkhäuser nicht reingebaut? Wir fahren jetzt wieder runter. Roger. Ich habe euch immer auch gefahr weiter. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Achtung, da kommt wer. Ich sehe ihn. 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 Oh, shit. Er ist immer noch da. Ach, schau. Oh, das ist auch das einfach beschwunden. Wir wollen uns den Weg abschneiden. Hey, Bruder, der Sattsturm könnte er helfen. Ich wusste, du wirst das sagen. Ich bin gehört, Creature. Ab in den Sturm. Sie müssen ihn abschüssen. Lass die, wir sehen hier absolut gar nichts. Warte. Vorsicht, linke Seite. Scheiße, die nageln uns fest. Das darfst du nicht zulassen. Der kann er sich jetzt mal verpissen. Was ist da unten los, leute? Ich, das war nicht doll. Das war's, Greenstone. Da hast du unseren Verfolger auf dem Schell. Alles klar. Sorry, dass ich nicht so viel rede. Ich muss mich gerade echt hart konzentrieren, weil die Steuerung so schwammig ist. Ich glaube, die haben uns erwischt. Ich bin jetzt so gut gefangen. Und so gut entkommen, um mich fassen oder so. Scheiße. Scheiße. Nein, ich bin noch nicht fertig. Der Laptop war eine Schatztruhe. Wir haben Zahlungen auf Konten befunden, die auf Sturban Bolschik in Sarajevo zurückgehen. Echt jetzt? Ja, er ist ein Waffenhändler. Die Dschihadisten nennen ihn Mohandes, den Ingenieur. Ein gängiger Ehrentitel für Kämpfer mit Bildung und technischem Know-how. Das dürfte gut für sein Ego sein. Und für sein Konto. Wieso das? Der Kerl ist kein Fanatiker. Der geht's nur ums Geld. Wie kommen Sie darauf? Ich hab keine Daten, die das belegen würden. Hab mit ihm gearbeitet. Hat die Bosnier mit Waffen versorgt. Mitte der 90er hat er uns geholfen, serbische Kriegsverbrecher zu jagen. Ist ein Überlebenskünstler und verdammt gierig. Ehrlich? Kommen Sie an ihn ran? Nein, aber jemand anderes. Und er wird es lieben. Dirty hat mich schon gefragt, wann du anrufst. Heute ist dein Glückstag. Wie es aussieht, ist unser alter Freund Stoban Bolschik, unser PETN-Lieferant. Dieser Mistkerl. Hab ich nicht gesagt, der Kerl taugt nichts? Doch, hast du, Mann. Wenn du ihn kassierst, geb ich einen aus. Soweit ich weiß, hat er eine kleine Armee da oben. Dann mach sie noch kleiner. Hab verstanden. Make her out. Oh, dann mach sie halt noch kleiner. Warum nicht? Was ist das Abbruchssignal? Blue Ridge. Nett. Blue! Ridge! Alles klar. Wir kommen zu euch. Greco, du stehst also immer noch rum und starrst Löcher in die Luft. Du bist noch ganz der Alte. Siehst immer noch überall nur Löcher. Wie ist es gelaufen, Kumpel? An alle, das ist Voodoo. Macht alles, was dieser Mann euch sagt, solange ihr ihn nicht in einem Puff in Damaskus treffen sollt. Aber das war doch deine Idee, oder nicht? Möglich. Wie geht's denn so? Es lief ganz gut. Ja, ja. Hab ich gehört. Es heißt, du bist jetzt der große Chef. Aber nichts hält ewig. Stimmt doch, Greco. Nein, nein. Einschließlich Bocek. Er ist nicht mehr auf unserer Seite. Schick. Schick. Wenn wir uns beeilen, dann können wir ihn überraschen. Boah, Alter. Zum Teufel. Runter. Gehen wir. Hab ich mich erschrocken. Leck mich am Arsch. Junge. Mein Herz. Boah. So, meine lieben Freunde. Ey. Mann, ich muss mal kurz sammeln, ey. Wenn es euch gefallen hat, lasst es mich wissen mit einem positiven Wert und positiven Kommentar. Oder auch ein Abo, wenn ihr neu auf den Kanal sitzt. Und um keine weiteren Videos mehr zu verpassen, auch gerne die Glocke aktivieren. Euer Little Rabbit sagt Ciao und haut da rein.